Aber mein Führer, die 12. Armee erschiebt nach Westen, Richtung Elbe. Dann zeig dir ein Armee! Hör auf! Du bist trotzdem ein Armee! Mein Feuer, dein Leben, das will! Ich glaube! Ich habe mich geholfen, gelobt! Was ist dein Armee? Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für sie ver... Ich steig Feindlinge! Verreitert, Verzager! Und was weiß ich los? Kommt der Fässer rein! Feindlein! 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 Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen! Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Sonst haben wir jede Chance verspielt! Sie wollen doch nur ihren Kopf halten! Ich verbitte mir diesen Ton! Die Kirche heiße. Ja! 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 DM! A вы уверены, что все те, которые называют себя старыми партийцами, кристально чисты и честны перед партией? Не были ли они в свое время предателями и провокаторами? – Let's see, was sie mit dem Biografien sind. – U kogo именно, товарищ Сталин? – A w komm вы 100% уверены? – Es sind diejenigen? – Aber wenn ihr nicht jemandem nicht verhältst, Dann проверяйте всех, schlите своих людей в архивы. Puist проверят ряд наших товарищей на предмет наличия пятен в их биографиях. Это ваша работа, в конце концов. Я облигаю все, что я облигаю все, что я облигаю все.